Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist der erste Teil einer kleinen Serie, in der ich Grundbegriffe der Netzwerktechnik betrachten werde. Es geht hier aber tatsächlich nur um ganz grundlegende Begriffe. Die Serie ist also eher für Zuschauer gedacht, die sich nebenbei mit der Netzwerktechnik befassen. Im Teil 1 werde ich nun das sogenannte OSI-Schichtenmodell grob betrachten, Hubs und Switches betrachten und vor allem den Unterschied zwischen Hubs und Switches erklären und das sogenannte Zugriffsverfahren CSMA-CD erläutern. Das sogenannte OSI-Schichtenmodell soll grundsätzlich die Kommunikation zwischen zwei Computern, welcher Art auch immer, das können natürlich auch Computer und Drucker sein, regeln und systematisch einteilen. Dabei handelt es sich eher um ein formales Modell, das nicht mit technischen Einzelheiten behaftet ist. Die Grundannahme beim OSI-Schichtenmodell ist die, dass ein Datenpaket, das z.B. von Teilnehmer 1 zu Teilnehmer 2 gesendet wird, vom Teilnehmer 1 zunächst in den sogenannten Application Layer geschickt wird. Von dort aus in die Schicht 6, Presentation Layer, Schicht 5, Session Layer, Schicht 4, Transport Layer, Schicht 3, Network Layer, Schicht 2, Data Link Layer und Schicht 1, Physical Layer. Dabei ist es so, dass die Datenpakete von einer Schicht zur anderen weitergereicht werden und quasi immer größer werden auf diesem Weg. Das heißt, die Daten, die sich in dieser Schicht befinden, werden eingekapselt in ein größeres Datenpaket, das in der Schicht 6 gebildet wird. Und so geht das nun weiter bis zur Schicht 1. Auf der Schicht 1, dem Physical Layer, erfolgt nun die sogenannte Datenübertragung, also quasi auf dem Kabel, kommt bei dem anderen Teilnehmer an. Und hier werden nun diese sieben Schichten in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, bis schließlich die tatsächlich zu übertragenen Daten vom Teilnehmer 2 entschlüsselt worden sind. Man spricht in diesem Fall von einer sogenannten horizontalen Kommunikation, denn die Daten, die z.B. im Session Layer vom Teilnehmer 1 in das Datenpaket eingefügt worden sind, können nur vom Session Layer des Teilnehmer 2 wieder entschlüsselt werden. Die Kommunikation zwischen gleich genannten Schichten wird horizontale Kommunikation genannt. Während die Kommunikation der Schichten untereinander von 7, 6, 5 und so weiter und auch in umgekehrter Reihenfolge vertikale Kommunikation genannt wird. Die horizontale Standardisierung in der Kommunikation und auch die vertikale Standardisierung in der Kommunikation sollen vor allem sicherstellen, dass Komponenten verschiedener Hersteller, die sich an diese Spielregeln halten, die hier hinterlegt sind, tatsächlich miteinander kommunizieren können, ohne dass der einen Komponente technische Details über die Komponenten anderer Hersteller bekannt sein müssen. Letztlich findet natürlich die eigentliche Datenübertragung zwischen den Teilnehmern auf einem sogenannten Medium statt, auf dem Layer 1, dem Physical Layer. In den meisten Fällen geschieht das durch Netzwerkkabel, wie sie hier angedeutet sind. Dieses Bild stammt von Amazon. In der modernen Kabeltechnik werden dabei die Daten tatsächlich über vier Pärchen aus Kupfer übertragen, d.h. zwei Adern gehören immer zusammen und bilden dabei einen einzelnen Stromkreis. Und insgesamt gibt es vier Stromkreise, die maximal genutzt werden können, um Daten dann parallel, also quasi gleichzeitig, von einem Teilnehmer zum anderen zu übertragen. Wir sehen hier eine umfangreiche Abschirmung bei einem sehr hochwertigen Kabel. Hier sind die einzelnen Adernpaare verdrillt, wodurch sie selber ein weniger starkes magnetisches Feld nach außen hin abstrahlen. Sie sind mit einer Aluminiumfolie gegen die Felder der anderen Pärchen und anderer Störungen geschützt. Und alle vier Adern wiederum sind im Mantel nochmal durch eine Aluminiumfolie gegen elektromagnetische Induktion aus anderen Kabeln und Verbrauchern geschützt. Mittlerweile werden natürlich auch sehr viele Glasfaserkabel eingesetzt. Diese haben eine sehr hohe Übertragungsrate und vor allem reagiert das Glasfaserkabel nicht auf die eben angedeuteten elektromagnetischen Störungen, wie sie eben auf Kupferkabeln eine erhebliche Rolle spielen. Die vorhin gezeigten LAN-Kabel werden in größeren Netzwerken in aller Regel zu sogenannten Knotenpunkten geführt, und zwar sternförmig. Die Knotenpunkte können Hubs sein. Diese Technik ist allerdings veraltet. Ich werde gleich erklären, warum. Heute werden in aller Regel sogenannte Switches eingesetzt, wie wir sie hier sehen. Diese sind häufig schon in Router integriert. Dabei muss man sich aber nun vorstellen, dass sich unmittelbar hinter den Anschlussstellen dieser LAN-Kabel zunächst ein Switch befindet und sich erst dahinter tatsächlich der sogenannte Router befindet. In vielen Fällen ist es also so, dass sich ein Switch und ein Router in einem Gehäuse befinden. Auch wenn ein Hub grundsätzlich heute als veraltet gelten muss, und zwar tatsächlich als sehr veraltet, ist es doch wichtig, sich einmal mit dieser Technik auseinanderzusetzen, um grundsätzlich zu verstehen, wie die Kommunikation in Netzwerken stattfindet. Ein Hub ist häufig äußerlich überhaupt nicht von einem Switch zu unterscheiden. Hubs können Sie heute kaum noch erwerben, weil, wie bereits gesagt, diese Technik mittlerweile veraltet ist. Der Hub ist der Knotenpunkt, an dem alle Kabel eines Netzwerkes zusammengeführt werden. Ich muss mir den also hier in der Mitte des Bildes vorstellen. Der Hub hat die sehr gute Eigenschaft, dass er Signale, die von den Teilnehmern bis zum Knotenpunkt geschickt werden, dort wieder auffrischt. Wenn also zum Beispiel die Spannung von 5 Volt auf 4 Volt abgesackt ist auf der Länge des Kabels, so wird vor der Weiterleitung des Signals diese Spannung wieder auf 5 Volt aufgefrischt. Der große Nachteil des Hubs ist allerdings, dass er ein ausgesendetes Signal, zum Beispiel von diesem Teilnehmer, ohne jede Selektion alle anderen Teilnehmer weiterleitet. Und damit wird durch das Senden eines Signals das ganze Netzwerk belastet, obwohl das Datenpaket, das von hier abgeschickt wird, tatsächlich nur für einen der anderen Teilnehmer wirklich bestimmt ist. Man spricht hier von einer sogenannten Kollisionsdomäne. Switches sind genauso wie auch Hubs Knotenpunkte, zu denen die einzelnen Leitungen hingeführt werden und die damit quasi die zentrale Einheit für die Verbindung der Kabel darstellen. Auch Switches frischen Signale wieder auf. Der wesentliche Unterschied zum Hub liegt allerdings darin, dass die Daten, die von einem Teilnehmer gesendet werden, in einer der höheren Schichten analysiert werden. Ich werde in späteren Videos genau darauf eingehen, so dass die Daten gezielt zum Adressaten gelangen können, hier von blau zu blau und von gelb zu gelb, und somit eine parallele Kommunikation stattfinden kann, wodurch das Netzwerk insgesamt natürlich wesentlich effektiver arbeiten kann, als wenn sich hier in der Mitte ein Hub befindet, der sämtliche Daten immer zu allen Teilnehmern schickt. Die Kollisionsdomänen, die hierbei entstehen, sind sehr klein. Wie bereits gesagt, Switches sind häufig in Routern mit untergebracht, vor allem in Heimanwendungen. In größeren Netzwerken gibt es allerdings tatsächlich häufig noch eine klare Trennung zwischen Switches und den daran angeschlossenen sogenannten Routern. Tatsächlich ist es auch in modernen Netzwerken noch so, dass sehr viele Teilnehmer ein und dasselbe Medium benutzen. Man muss sich diese Kabelverbindung, die hier zum Knotenpunkt geführt werden, vorstellen, als sei es insgesamt nur ein einziges Kabel, an dem alle Teilnehmer gleichzeitig angeschlossen sind. Dabei werden die Signale in Nullen und Einsen zerlegt. In vielen Fällen ist die 1 gleichgesetzt mit einer Spannung von 5 Volt auf einem Adernpaar und die 0 ist gleichgesetzt mit 0 Volt auf einem Adernpaar. Da aber nun viele Teilnehmer ein und dasselbe Medium benutzen, muss durch ein Zugriffsverfahren sichergestellt werden, dass die Kommunikation wirklich ordnungsgemäß stattfindet. Das für Kabelnetzwerke am häufigsten angewendete Zugriffsverfahren nennt sich CSMACD, auf das ich nun noch näher eingehen werde. Wie bereits gesagt, ist es so in Netzwerken, dass tatsächlich viele verschiedene Teilnehmer ein und dasselbe Medium benutzen. Im Extremfall handelt es sich um zwei Adern, die hier benutzt werden. In modernen Netzwerken sind es zwar acht Adern, jedoch sind diese tatsächlich alle in gleicher Form an alle Teilnehmer angeschlossen. Wenn Sie sich aber nun vorstellen, dass es sich hier tatsächlich nur um ein zweiadriges Kabel handelt, sehen Sie unmittelbar ein, dass beim Senden eines Signals von diesem Teilnehmer es zu Störungen kommt, wenn ein anderer Teilnehmer gleichzeitig sendet. Um nun die Kommunikation dabei zu gewährleisten, wird das Zugriffsverfahren CSMACD genutzt. Bei CSMACD verhalten sich natürlich alle Teilnehmer gleich, und zwar so, dass Sie, bevor Sie senden, zunächst lauschen, ob das Kabel frei ist. Das heißt, es wird festgestellt, ob sich gerade ein zu übertragenes Signal auf dem Kabel befindet. Sollte das der Fall sein, so wartet der sendewillige Teilnehmer natürlich bis kein Signal mehr auf dem Kabel vorhanden ist. Dieses Lauschen nennt man Carrier Sends. Es wird also nach einem Träger gesucht, der das Signal trägt, ist der vorhanden, so ruht der sendewillige Teilnehmer, andernfalls sendet er sein Datenpaket auf das Kabel. Alle Teilnehmer in dem Netzwerk verfügen nun auch über die Fähigkeit, Kollisionen zu bemerken. Die sogenannte Collision Detection. Sobald eine Kollision aufgetreten ist, wird ein Alarm ausgelöst. Das heißt, es wird ein besonderes Signal auf das Kabel geschickt, das sogenannte Jam Signal, woraufhin alle Teilnehmer die Kommunikation stoppen. Es wird also nicht mehr empfangen und es wird auch nicht mehr gesendet. Anschließend warten alle Teilnehmer eine zufällige Zeit, bevor sie wieder sendewillig werden. Die zufällige Zeit muss tatsächlich hier von Teilnehmer zu Teilnehmer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, da es sonst passieren kann, dass das ganze Netzwerk in eine Endlosschleife gerät und die Fehler immer wieder auftauchen. Was hierbei auch sehr leicht einzusehen ist, ist, dass bei sehr vielen Teilnehmern natürlich erheblich mehr Kollisionen vorkommen, als wenn nur wenige Teilnehmer sich in einem Netzwerk befinden, sprich einer sogenannten Kollisionsdomäne. Hat nun ein Teilnehmer sein Datenpaket auf das Kabel gesendet und es kommt keine Kollision vor. So bleibt das Kabel natürlich für diesen Teilnehmer so lange frei, bis der Kommunikationsvorgang abgeschlossen ist. Wichtig dabei ist, dass innerhalb einer Kollisionsdomäne tatsächlich nun alle Teilnehmer das Datenpaket analysieren und nur für den Fall, dass die Zieladresse mit der eigenen MAC-Adresse des Teilnehmers übereinstimmt, werden sie dieses Datenpaket gemäß den Richtlinien des OSI-Schichtenmodells weiter öffnen, um die Daten zu verarbeiten. Aber grundsätzlich sind natürlich hier alle Teilnehmer in der Lage, dieses Datenpaket entgegenzunehmen. Abschließend möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass bei Kommunikation über WLAN, wie es ja heute auch sehr häufig eingesetzt wird, das Verfahren CSMACD nicht eingesetzt wird, sondern hier wird in aller Regel das Verfahren CSMACA eingesetzt, bei dem von vornherein versucht wird, Kollisionen zu vermeiden. Ja, das war schon der erste Teil meiner kleinen Serie zu Begriffen aus der Netzwerktechnik. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie dieser Serie weiter folgen würden. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.